Liebe Vorarlberger Bierfreunde, aus gegebenem Anlass würde ich euch gerne einfach ein paar Sachen klarstellen, damit wir auch alle den richtigen Wissensstand haben. Der Hauptgrund, warum wir mit der Braunian diese Fusion oder diese Eigentümerverschiebung machen, ist sicher die Auslastung in der Brauerei. Und da sollten wir kurz- oder mittelfristig zwischen 15 und 20 Mitarbeitern mehr beschäftigen können, was den Standort sichert. Es wird da investiert in den Standort. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine blutende Brauerei und somit natürlich eine Vorarlberger Brauerei bleiben. Auch bezüglich einem Bier man da überhaupt keine Gedanken machen. Das bleibt natürlich unsere Rezeptur, unsere Produkte, unser neues Oberländer, Bio-Bier, die ganze Sorte. Wir müssen auch keine Angst haben, dass wir das Wasser aus Linz importieren. Wir haben zwar natürlich das beste Bergquellwasser aus der Silfretta oder aus dem Ahlberg. Und das wird natürlich so bleiben. Wir werden weiterhin auf Olga Asgier. Ich wünsche euch einen guten Durst. Und ihr wollt euch nicht verkopfen. Wir bleiben weiterhin das Bierchen fürs Ländchen. Zum Wohl.